Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei einer weiteren Mod Vorstellung. Ihr seht es schon, eine riesengroße, extrem große Amazon Spritze. Echt genial, da fühle ich mich schon so wie in Amazonas, ey. Da ist auch alles so groß. So, zwei Achsen, sehr gut. Ein Shop, äh, Shop-Rotikin zu finden unter Mods. Hier ist es schon von LS13 konvertiert. 1.200 Liter und eine Arbeitsbreite von, steht das auch hier, ja, 40 Meter, würde ich 30 sagen, 147 kW werden gebraucht, um das krasse Ding da zu fahren. Sehr gut, wir werden das Ganze mal, ähm, ausklappen mit der Taste, ja, 10 nicht, aber x was. Und da sehen wir schon, das faltet sich wunderbar auseinander. So, wir können jetzt ein bisschen dauern, es wackelt ein bisschen, das Ganze, die Räder sind nicht ganz ruhig, so. Okay, ein bisschen zittrig noch die ganze Angelegenheit, aber das ist zwar das Wasser drin, ein bisschen schwankt nach links und rechts, ne, beziehungsweise die Düngeflüssigkeit. So, 40 Meter, also das ist schon mal ein krasses Teil, wie gesagt, schon wie in Amazonas, da sind auch die Bäume so riesig. Wir schalten das Ganze an mit B und fahren mal und gucken, die Animation ist echt der Hammer. Aber, und auch die komplette Breite wird gedüngt, wie man sieht, echt nur hammermäßig, Leute. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, später, jetzt ist die gute Frage, ist das Teil auch Lockfehlerfrei? Und, ja, nein, 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 nicht lügen. Oben haben wir zweimal Ära drin, dass die Beleuchtungsluhr und Partikelluhr nicht geladen werden konnte. Hä? Okay, da ist noch ein Fehler und die Spezifikationenfalle muss rausgelöscht werden. Aber, das werden die schon irgendwie machen. Auf alle Fälle, die zwei Lua-Einträge sind nicht so schlimm. Weil die Beleuchtung, ja, okay, ist doch egal, dass es weiß konvertiert ist. Blinker und so haben wir halt da nicht. Gut, aber in diesem Sinne, Topmod funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.